Was empfehlen Sie mir von Artistry an Hautpflegeprodukten für ölige Haut? Also genau so, wie sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan hat, im Verständnis, wie unsere Haut altert, hat sich sehr viel auf dem Gebiet der Kenntnisse getan, was macht eigentlich den balancierten Wasserhaushalt in unserer Haut aus. Das ist genauso Hightech-Kosmetikpflege wie Anti-Aging-Pflege. Und die Artistry Hydra V Pflegeserie hat ganz neue Erkenntnisse über den Wasserhaushalt in der Haut in eine Pflegelinie eingebaut, die sowohl für trockene, also fettarme, als auch für ölige Haut sehr gut als Ergänzungspflege geeignet ist und zu einer optimalen Feuchtigkeitsbalance in der Haut beiträgt. Ja, fein. Also noch zusätzlich zu meiner Grundlinie. Kann man dazu. Gut.